Ihr habt Bock auf viele Achterbahnen in kürzester Zeit? Gegen eine gute Verpflegung habt ihr auch nichts einzuwenden? Mmmh, lecker, lecker! Euer zweiter Vorname ist Ekstase? Yeah! Dann seid ihr hier genau richtig. OnRide.de präsentiert zusammen mit Fun Tours die USA Coasters in the North Tour 2019. Bis zu über 115 Achterbahnen in mindestens 17 Parks warten auf euch. Unter anderem mit Worlds of Fun, Adventureland, Nickelodeon Universe, Valleyfair, Timber Falls Adventure Park, Mount Olympus, Little America, Sixfax Great America, Indiana Beach, Michigans Adventure, Zweitagen Cedar Point, dem Kono Lake Park, Waldemir, Seabreeze, Darien Lake, Fantasy Island, Marinaland und Canada's Wonderland. Für mehr Informationen klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung.